Verfluchte Liebe von Kim Ray Kapitel 20 Teil 2 Aus der Asche Flashback Rede mit mir, Harry! Ich schrag zusammen. Offenbar war ich so tief in Gedanken gewesen, dass ich nicht einmal mitbekommen hatte, wie er gekommen war. Jetzt stand er neben mir und sah mich nicht an. Ich wagte es nicht, den Blick zu heben. Inzwischen würde ich alles tun, um ungeschehen zu machen, was ich getan hatte. Er hatte leise gesprochen, so leise, dass er kaum zu verstehen gewesen war. Und nun sagte er es noch einmal, ebenso leise. Rede mit mir, bitte! Ich konnte nicht anders, ich musste ihn ansehen. Zehn Tage war es jetzt her, dass ich ihn behandelt hatte wie den letzten Dreck. Ich war ihm aus dem Weg gegangen, wo ich nur konnte. Er hatte alle Möglichkeiten vermieden, von ihm gefunden zu werden. Vor drei Tagen hatte ich die letzte Nachricht von ihm bekommen und er hatte aufgehört zu versuchen, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich hatte akzeptiert, dass es vorbei war. Ich war unglücklich darüber, doch ich hatte es akzeptiert. Und jetzt stand er neben mir und bat mich, mit ihm zu reden. Er bat mich. Ich war derjenige, der auf Knien rutschen müsste, und er bat mich, mit ihm zu reden. Ich konnte es nicht fassen. Was war nur verdammt nochmal mit dem Kerl passiert, den ich zu kennen geglaubt hatte? Es tut mir leid, Harry. Wirklich. Sprach er weiter, und meine Fassungslosigkeit wurde noch größer. Ich weiß, dass es nicht richtig war, was ich mit Granger gemacht habe. Aber ich konnte es einfach nicht ertragen. Ich konnte es einfach nicht ertragen, dass sie... Sie darf, was ich nicht darf. Sie ist immer um dich herum. Sie hat dich für sich alleine, meistens. Jetzt, wo das Wiesel nur noch eifersüchtig ist, ich... Ich will nicht. Ich will. Bitte, es tut mir leid. Hör auf. Brachte ich atemlos heraus und riss ihn in meine Arme. Bitte, hör auf. Das ist alles egal, das ist egal. Bitte. Ich will das nicht hören. Ich wollte es nicht hören. Es war mir egal, ob falsch oder richtig war, was er getan hatte. War mir sogar egal, dass er Hermine wehgetan hatte. Ich wollte nur das verzweifelte Gefühlloswerden, ihn so rücksichtslos missbraucht zu haben. Ich wollte, dass er mir vergab. Du hast keinen Grund mehr, dich zu entschuldigen. Ich... Ich... Ich hab mich wie ein Schwein aufgeführt. Ich... Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Bitte... Bitte entschuldige dich nicht. Harry, es war falsch, was ich getan habe. Ich... Nein, bitte nicht. Ich... Ich hab dir verziehen. Ich will nur... Ich... Was, Harry? Gott, war das schwer. Nie zuvor war mir etwas so schwer gefallen. Ich... Bitte verzeih mir. Ich klammerte mich an ihn, meine Stirn auf seiner Schulter und ich konnte die Tränen der Verzweiflung hinter meinen Lidern brennen spüren. Niemals zuvor hatte ich mich so schäbig gefühlt und er... Er zog mich fest an sich und lachte leise. Es gibt nichts zu verzeihen. Schockiert hob ich den Kopf. Nein, du verstehst nicht, was ich meine. Ich meine, ich wollte... Ich habe... Es... Resolut barg er meine Stirn wieder an seiner Schulter. Machst du dir deswegen solche Gedanken, Harry? Manchmal bist du so ein Dummkopf. Es gibt nichts zu verzeihen. Außer vielleicht, dass ich beinahe zu der Überzeugung gekommen wäre, dass du mich nie mehr wiedersehen willst. Ich... Ich war vielleicht ein wenig überrumpelt und es war nicht wirklich das, was ich wollte, aber ich kann damit leben. Das ist nicht okay. Wenn du meinst. Es ist nicht okay. Darauf schwieg er. Ich hatte nicht das Recht. Ich war dabei, mich in Schwung zu reden, doch er nahm mir den Wind aus den Segeln. Pssch. Hör auf, dir Gedanken zu machen. Wenn du so ein schlechtes Gewissen dabei hast, gibt es einen einfachen Weg, das zu beruhigen. Welchen? Ich würde alles tun. Das war mir erschreckend klar. In diesem Moment würde ich alles tun, um wieder gut zu machen, was ich glaubte, ihm angetan zu haben. Mach es das nächste Mal besser. Kam die überraschende Antwort, und seine seidigen Lippen begannen mich an dem sensiblen Punkt direkt hinter meinem linken Ohrlippchen zu liebkosen. Ein wohliger Schauer lief mir über den Rücken, und etwas ging mir durch den Kopf, woran ich schon einige Male gedacht hatte. Ich würde es wieder gut machen, und ich wusste mit erschreckender Klarheit, wie. Lass uns von hier verschwinden, flüsterte ich atemlos. Ein Hogwarts-Turm war im Winter kein wirklich angenehmer Offenheitsort. Doch mich zog es schon seit Tagen wieder in die Einsamkeit dieser Türme. Du wirst mich nicht wieder alleine lassen, oder? Kam es provozierend von ihm, und ich schüttelte den Kopf. Nein, ich würde ihn garantiert nicht wieder alleine lassen. Okay. Und damit nahm er meine Hand und zog mich zur Treppe. Wir brauchten nur ein paar Minuten zu unserem üblichen Platz, und kaum dass die Tür hinter uns ins Schloss gefallen war, fiel er regelrecht über mich her. Ich hab dich vermisst, Harry. Konstatierte er wieder einmal, und schneller, als ich es für möglich gehalten hätte, entlegte er mich meiner Kleidung. Meine Finger waren bei weitem nicht mehr so selbstsicher wie vor diesem Zwischenfall, und als könne er meine Unsicherheit spüren, nahm er meine Hände in seine, um meiner Entschlossenheit auf die Sprünge zu helfen. Ich bin nicht aus Zucker, mein Süßer. Ich kann einiges vertragen. Hör auf, dir Gedanken zu machen. Ich will dich, so schnell wie möglich. Als er mich dann nachdrücklich in Richtung Bett schob, stand mein Entschluss fest. Er sollte mich haben. Einen kurzen Moment lang fragte ich mich, ob ich möglicherweise aus Schuldgefühlen heraus so entschlossen war, doch das verwarf ich schnell. Es war nicht das erste Mal, dass mir das so durch den Kopf ging. Wenn er mir genug vertraute, um mir zu vergeben, was ich beim letzten Mal getan hatte, könnte ich ihm ja wohl so weit vertrauen, dass ich mich ihm ebenso öffnete wie er mir. Ich wollte es, und es war ein guter Zeitpunkt. Und so dirigierte ich ihn entschlossen dahin, wo ich ihn haben wollte. Seine Irritation war nicht zu übersehen, und seine Weigerung spürbar. Harry, wenn du glaubst, du schuldest mir irgendwas. Meine Finger lagen auf seinen Lippen, bevor er aussprechen konnte. Ich schulde dir nichts. Aber ich will es so. Ich will dich so. Nicht erst seit heute oder letzter Woche. Die Unsicherheit war ihm anzusehen. Ich weiß nicht. Psch, du machst das schon. Und damit zog ich ihn an mich und küsste ihn, als sei es das letzte Mal. Ich will dich. Jetzt. Hast du mich verstanden? Ein Nicken war die Antwort. Unsichere Finger begannen, meinen Körper zu erkunden, als täten sie es zum ersten Mal. Und irgendwie taten sie das auch. Ich ließ mich fallen, öffnete mich und gab mich in seine Hände. Ich wusste, dass es ein weiterer Schritt in die falsche Richtung war, doch das war mir gleich. Das war es, was ich wollte. Ich wollte ihm gehören, wie er mir gehörte. Und ich wollte ihm vertrauen. Ich wollte es. Und eine düstere Ahnung sagte mir, dass ich heute den ersten Schritt dahin getan hatte, obwohl ich doch wusste, dass ich ihm niemals vertrauen dürfte. Ich wollte ihn lieben dürfen. Und ich wusste, dass das das Letzte war, was ich jemals tun dürfte. Flashback Ende Harry hatte eigentlich nicht die Absicht gehabt, Draco nachzugeben, doch er schaffte es nicht, diesen Vorsatz zu halten. Draco hatte ohne es zu wissen etwas getan, was Harrys Entschlossenheit ihm gegenüber in Wohlgefallen auflöste. Es war die billige, kleine Phrase, »Das bist du mir schuldig«, die ihm das Genick gebrochen hatte. Harry fühlte sich schuldig und er wusste, dass er schuldig war, auch wenn er schon lange bezahlt hatte. Der Blonde hatte die Taktik gewechselt und Harry war dem hilflos ausgeliefert. Draco versuchte nicht mehr, ihn zu erpressen und er setzte ihn auch nicht mit Drohungen unter Druck. In gewissem Sinne mochte der emotionale Druck in dieser Nachricht schlimmer als alles andere zuvor sein, doch das konnte Draco nicht wissen. Er bat ihn mit seinen Worten, mit ihm zu reden. Das Wörtchen Bitte mochte in diesem Brief fehlen, doch Harry kannte sich mit Draco Malfoys Art zu bitten aus. Das Wort Bitte existierte unter normalen Umständen nicht in seinem Wortschatz. Es war eine überraschende Wendung. Mit allem hatte Harry gerechnet, nur nicht damit. Es war etwas, womit er nicht umgehen konnte. Er wollte nicht, doch er fühlte sich verpflichtet. Draco hat ihn damit viel effektiver gepackt, als mit all seinen Kapriolen zuvor. Und so stand er wieder einmal auf dem Ostturm, rauchte eine Zigarette nach der anderen und wartete darauf, dass der verdammte Slytherin ihn endlich fand. Was denkst du, wo er steckt? Nina sah Ron ratlos an. Sie hatten noch einmal mit Harry über die Nachricht vom Morgen sprechen wollen, denn er hatte den ganzen Tag einen niedergeschlagenen Eindruck gemacht, und darum war Ron vom Schlafsaal aus losgezogen, um ihn zu finden. Vor ein paar Minuten war er erfolglos zurückgekehrt und Hermine war nicht wirklich begeistert von den Nachrichten, die er brachte. Ich habe keine Ahnung, Mine. Harry entzieht sich schon lange in meinem Begriffsvermögen, und das weißt du. Und ich dachte, du bist sein bester Freund. Ich bin sein bester Freund. Das heißt aber nicht, dass ich ihn verstehe. Manchmal denke ich, ich lasse ihm genau deshalb viel zu viel durchgehen. Daraufhin verzog sie das Gesicht. Das ist allerdings wahr. Wie konntest du zulassen, dass er teilweise gar nicht im Schlafsaal geschlafen hat? Ron schürzte nur die Lippen. Er würde ihr gewiss nicht sagen, dass Harry nicht der Einzige war, der gelegentlich im Schlafsaal fehlte. Dean und Seamus hatten das genauso gut drauf. Ich wette, er trifft sich mit seinem Ex. Wie sonst ist seine Reaktion auf diesen Brief zu werten? Philosophierte Hermine weiter, und ihre Blicke trafen sich. Denkst du dasselbe wie ich? fragte Ron einen Moment später. Wenn du denkst, dass das eine erstklassige Gelegenheit ist, dann ja. Wie auf Kommando standen sie auf, und Hermine verwandelte eine vergessene Feder in ein Vertrauensschülerabzeichen, um es Ron anzustecken. Ich würde sagen, wir machen gemeinsam eine Kontrollrunde und lassen Harry schlafen. Er sah heute gestresst genug aus. Er merkte sie laut genug, um es einige Anwesende hören zu lassen. Gute Idee, murmelte Ron, nur mit rosa Wangen. Hermine konnte wirklich gerissen sein. Ein paar Minuten später waren sie dank Hermines mit einem Duzeruss-Zauber zum Harry-Kompass umfunktionierten Zauberstab, woraus auf direktem Weg in den Ostflügel, und kamen nicht umhin, sich Sorgen zu machen. Das war auf jeden Fall mysteriöser als erwartet, und es wurde gleichzeitig klar, warum es niemals jemandem gelungen war, herauszubekommen, wer Harrys Affäre gewesen war, wenn er in der Lage war, hierher vorzudringen. In den Ostflügel kam niemand, der den Verschlusszauber für die Türen nicht kannte. Es war keine große Überraschung für Hermine, dass die Tür, zu der ihr Zauberstab sie führte, unverschlossen war. So durch den Wind, wie Harry heute gewesen war, wunderte sie sich nicht darüber, dass er vergessen hatte, die Tür wieder hinter sich zu verschließen. Draco war nervös. Er gestand sich das nicht gern ein, doch es war so. Potters Reaktion war alles andere, als erleuchtend gewesen, als er die Nachricht am Morgen erhalten hatte, und wieder einmal hatte es der schwarzhaarige Vermieden, ihm heute zu begegnen. Er hatte sogar die Frechheit besessen, sich für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu entschuldigen. Granger und Weezy waren deshalb zweifellos in Aufruhr, doch das interessierte Draco nun nebenbei. Er war eigentlich hundemüde. Deswegen war er im Ostflügel. Inzwischen war es eine Angewohnheit von ihm, sich hierher zurückzuziehen, wenn er seine Ruhe haben wollte, doch heute war es ihm nicht gelungen, einzuschlafen, obwohl er nach der letzten durchwachten Nacht vollkommen erledigt war. Etwas hielt ihn wach, und er gestand sich ein, dass es Potter war. Er wollte wissen, ob der Gryffindor mit ihm reden würde, und die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, war, ihn zu suchen und zur Rede zu stellen. Unwillig warf er sich in seinen Schulumhang und machte sich auf den Weg. Er wusste nicht, ob es eine der Nächte war, in denen Potter schlief, oder ob er möglicherweise herumwanderte, doch das würde er schnell herausfinden, und so machte er sich auf den Weg. Harry war nicht sonderlich überrascht, als die Tür zur Turmplattform aufging und Draco erschien. Die Ungeduld und Neugier des Blonden ließ nichts anderes zu, und er wunderte sich, dass er nicht eher gekommen war. Malfoy, ich sage es dir, wie es ist, ich habe die Nase voll von deinem Spielchen. ging Harry augenblicklich zum Angriff über. Er wollte dieses Treffen nicht, er wollte Draco nicht einmal sehen, doch leider fühlte er sich verpflichtet. Ach, und warum bist du dann hier? Das weiß ich selber nicht. Eine glatte Lüge, doch das war egal. Harry ließ Draco nicht aus den Augen und stellte fest, dass sich im Gegensatz zur letzten Nacht etwas verändert hatte. Die Selbstgefälligkeit des Blonden war verschwunden. Warst du da gestern vorgelegt, und dir gegeben hast, war heftig, Potter? Glaubst du wirklich, ich kann das auf sich beruhen lassen? Was hatte ich eigentlich erwartet? Die Drohung steht immer noch. Nichts, was du erwartest, Harry. Du kennst ihn doch viel zu gut, ging es ihm durch den Kopf. Draco schwieg. Er wusste nicht weiter. Diese Situation war so gar nicht das, was er sich vorgestellt hatte, doch er konnte nicht aufgeben. Er konnte einfach nicht. Warum, Potter? Warum? Warum? Was warum? Harry wusste genau, was Draco meinte, doch das würde er nicht zugeben. Er wollte es hören, um ja keine Fehler zu machen. Warum tun sie das? Für dich? Es schockierte Harry ein bisschen zu begreifen, dass Draco absolut nicht an seinen Worten zweifelte. Deshalb also der Verlust seiner Selbstgefälligkeit. Harry trat an die Zinnen, zündete sich eine Zigarette an und starrte in die Ferne. Glaub mir, sie haben ihre Gründe. Vielleicht solltest du einfach aufhören, darüber nachzudenken und akzeptieren, dass es Dinge gibt, die sich geändert haben. Es war nicht an ihm, Ratschläge zu erteilen, doch er konnte nicht anders. Es wäre für sie beide das Beste. Der geschlagene Ausdruck, der in Dracos Worten mitgeschwungen hatte, verursachte ein Brennen in seiner Schulter, das er gar nicht machte. Was kann für meine Mutter und mein Vater Grund genug sein, mich so zu verraten? Kam es hart zurück und Harry konnte hören, dass ihn diese Wahrheit tiefer getroffen hatte, als er zeigen wollte. Sie hatten ihre Gründe. Zwei lange Schritte des Blonden und Harry fand sich Nase an Nase mit ihm wieder. Es kostet ihn einige Mühe, nicht einen Satz rückwärts zu machen. Gründe, Gründe dafür, mich ihren Sohn nach dir an zweite Stelle zu setzen. Harry wollte ihm sagen, dass er für seine Eltern immer an erster Stelle kommen würde und sich das auch niemals änderte. Er wollte ihm sagen, dass es für diese Versetzungsandrohung triftige Gründe gab, die zwar zum Teil mit ihm, jedoch sehr viel mehr mit Drohungen von anderer Seite zu tun hatten. Doch er kam nicht dazu. Von der Turntreppe war ein unterdrückter Schmerzesausruf. Ruf zu hören. Run, Weasley! brachten sie beide wie aus einem Mund heraus. Zweifellos war er über die defekte Stufe auf dem vorletzten Treppenabsatz gestolpert. Harry sah Panik in Dracos Blick und er konnte sich denken, warum. Wo Ron war, war mit Sicherheit Hermine nicht weit. Was immer er vielleicht für Ausreden hatte, hier zu sein, nichts würde ihn vor allem Rausschmiss retten. Harry brauchte nicht mal einen Sekundenbruchteil, um zu entscheiden, was zu tun war. To be continued.